Mit dem Testo 570 können Sie auch Protokollausdrucke machen. Wählen Sie hierfür die Schnelltaste Drucken. Wählen Sie zum Beispiel die Einzelmessung aus. Selektieren Sie dann Drucken und bestätigen Sie mit OK. Stellen Sie nun sicher, dass die Infrarotschnittstelle des Messgerätes direkten Sichtkontakt mit dem Drucker hat. Über Betätigen der Taste Drucken werden Ihre Messdaten direkt ausgedruckt.